Geba. Wir sind Ihr Partner für Tore und Türen. Zusätzlich zu rahmenfähigen Rollo-Timern gibt es jetzt die Rollo-Timer App. Fügen Sie die häufig genutzten Rollo-Timer der Favoritenliste hinzu und vergeben Sie jedem einen individuellen Namen. Konfigurieren Sie einfach Öffnungs- und Schließzeiten oder aktivieren Sie die komfortable Astro-Funktion. Hierbei wird der Sonnenaufgang und Untergang automatisch ermittelt und kann nach Ihren Bedürfnissen plus minus 120 Minuten angepasst werden. Fahren Sie Ihren Rollladen mittels Schieberegler auf die gewünschte Position. Was für die Rollo-Timer App gilt, gilt auch für die Geba-Handsender-App. Schon aus der Ferne steuern Sie bequem Ihre Tür oder Ihr Tor vom Smartphone aus an. Oder steuern Sie die Tür direkt über die neue Bluetooth-Touchtastatur mit Plexiglas-Oberfläche. Touchless. Gerade zur heutigen Zeit wird auf kontaktloses Öffnen und Schließen großer Wert gelegt. Berührungslos öffnen und schließen Sie Ihre Tür oder das Garagentor per einfacher Gestensteuerung. Die neuen Stars an den Pfosten der Tore sind die Twinkle Star Leuchten, Normal und Mini. Diese können je nach Einstellung blinken, blitzen, rundum leuchten oder dauerleuchten. Die Hightech-LEDs sind dank ihrer Leuchtkraft auch bei ungünstigen Sonnenverhältnissen gut zu erkennen. Eine Montage ist direkt auf einem Pfosten möglich oder mit Hilfe des optionalen Befestigungsbügels auch an einer Wand. Neben der Twinkle Star gibt es auch die Twinkle Star Mini. Diese Twinkle Star Mini kann je nach Einstellung blinken, blitzen und dauerleuchten. Der neue MRN Unterputzschlüsselschalter ist die zeitsparende Alternative für den Elektroinstallateur. Mittels 60 mm Hohlbohrkrone wird die Standard Unterputzdose gesetzt, in welche der neue MRN passt. Natürlich ist auch der MRN mit der patentierten Ein-Deckel-Verriegelung ausgestattet und ist ein- oder zweiseitig tastend lieferbar. Der MRN ist einbruchhemmend, dank mechanischer Deckelverriegelung. Auch für Industrietore gibt es die berührungslosen neuen Taster, die durch Gestensteuerung geschaltet werden. Ein weiterer innovativer Beitrag zum berührungslosen Schalten. Dank der Kapazitivtechnologie wird das Berühren von Oberflächen vollkommen vermieden. Unsere Quadralux signalisiert zuverlässig mit modernster LED-Technik den Ist-Zustand des Tores. Sie zeichnet sich durch einfache Handhabung und Modularität sowie einer großen Lichtausbeute aus. Diese kann direkt an der Wand montiert oder mittels Haltebügel befestigt werden. Auch für Automatiktüren gibt es die Option des berührungslosen neuen Tasters, der durch Gestensteuerung geschaltet wird. Die Kundenampel ist eine praktische Lösung vor einem Eingang. Dieser ist wahlweise mechanisch oder über Funk freizuschalten. Ob mit Berührung oder ohne Berührung, die neuen GEBA-Schalter machen den Unterschied. GEBA – Innovation und Tradition in der dritten Generation Untertitelung des ZDF, 2020